Ich finde, abends ist die schönste Zeit zum Angeln. Immer. Da. Oh, habt ihr den Biss gesehen? Oh, der ist besser. Der ist besser. Der ist besser? Ja, 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 ja. Dann hole ich meinen Köder schnell raus. Ja, 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 ja. Das ist unser Abendbrot, Salah. Leute, oh, komm, 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 komm. Oh, der ist schön, der ist schön, der ist schön. Jawoll. Der ist drin, der ist schön. Was? Das ist ein schöner Fisch. Das ist ein schöner Fisch. Salah, ist das ein Fisch oder nicht? Das ist Abendbrot. Aber wie, der ist da reingetoppt ohne Ende. Mann. Ich sag dir, diese Paste ist krass, ist krass, ist so krass, ist so krass. Ich hab auch selber gerade viel mehr geschmiert, oder hab ich es überhaupt geschmiert und dann hatte ich direkt den Biss. Guckt euch das mal an. Schöner Fisch. Ja, der Köder liefert uns. Mega, oder? So, mach den fertig, glaub der kommt mit, der hat Maß. Auf jeden Fall Maß. Dann kann ich endlich mal auf meinen Stein zurück, Leute. Auf jeden Fall Maß. So, weiter geht's.